ja hallo liebe freunde wie versprochen das video über die absolut super tolle neuigkeiten bezüglich royalty geht aber ein bisschen weg mit der kamera also ihr seht ich bin gerade am spazieren bei diesem wunderschönen wetter und entsprechend dem wetter sind auch diese news von royalty einfach super sensationell also es geht um dieses gerät hier das royalty gem und die firma hat diese woche am mittwoch donnerstag nacht schuldigung donnerstag nacht ein paar ankündigungen gemacht und die gebe ich euch gerne weiter an dieser stelle weil jeder wird davon profitieren punkt 1 auf der seite www.royalty.com also auf der hauptseite der firma gibt es ganz unten ganz unten einen menüpunkt ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher wie das mit apparel wenn man dort drauf klickt kommt man auf eine seite und dort kann man sachen bestellen zum beispiel t shirts mit royalty bedruckt jacken kaffeetassen sachen auch für den computer fürs handy so hüllen geht mal drauf und schaut euch das an ist immer toll wenn man von der firma etwas hat und auch so sich repräsentieren kann punkt 2 abrechnung wir wissen dass die firma immer am 30 des monats den ganzen umsatz berechnet für den jeweiligen vergangenen monat was also es ist einfach der stichtag ist der immer der ende monat und bis jetzt war es einfach so wenn zum beispiel jemand am 29 sind die erste bestellung gemacht hat dann wurde dann im folge monat am 29 wieder sein abo quasi gebucht und wenn dann das irgendwie nicht geklappt hat dann war der monat vorbei und dieser umsatz wurde nicht in den monat reingebucht und jetzt haben wir vom crown ziel haben den vorschlag gemacht dass man das wie bei anderen firmen auch punktuell machen sollte das heißt in diesem fall jetzt dreimal pro monat das heißt die firma wird jetzt je nachdem wann jemand bestellt in diesem zeitraum an einem bestimmten tag abbuchen zum beispiel wenn jemand zwischen dem 20 und dem 30 bestellt dann wird immer im folge monat am 19 abgebucht das hat den vorteil dass weder eine bestellung dann nicht wenn eine wenn ein eine abbuchung nicht funktioniert dass dann auch der fd zum beispiel der sponsor anrufen könnte und den partner auch darauf aufmerksam machen könnte und dass man das auch innerhalb der also bis in dem monat noch dann nachbuchen könnte also das ist sicher eine super sache weil es ist auch wichtig dass diese umsätze auch immer gebucht werden das ist das zweite das dritte ist absolut sensationell ich bin seit 21 jahren network und so eine sache habe ich jetzt wirklich noch nicht erlebt und jeder der bei royaltion dabei ist kann profitieren aber auch jeder der noch nicht dabei ist und zwar geht es um folgendes die firma hat rund 2000 affiliates beziehungsweise kunden die sie also die nicht einem partner zugeordnet sind warum weil diese leute haben einfach direkt auf der muss so machen wegen der sonne haben einfach direkt bei der firma bestellt über die firmenseite und die firma sagt korrekter weise möchten wir dass diese leute einen ansprechpartner haben und deshalb verteilt sie diese ganzen 2000 affiliates an uns partner und wie geht das jeder der jetzt bis zirka ende monat jemanden einträgt also als partner gewinnt bekommt von diesen 2000 einen zusätzlichen partner hinzu hat man zwei neue partner bekommt man zwei neue partner hinzu das waren wären dann vier hat man zehn neue partner kommen zehn neue partner dazu einfach so lange bis diese 2000 leute verteilt sind und die firma sagt das geht ungefähr bis in dem monat ist natürlich auch fantastisch für jeden der jetzt noch nicht dabei ist das heißt wenn du noch nicht dabei bist und dieses video sie ist dann trage dich ein als affiliate und jede person die du bis in dem monat sponsor ist für jede person bekommst du einen zusätzlichen das so etwas habe ich wirklich das ist absolut super und diese affiliates werden dann auch dauerhaft bei dir bleiben solange die eben kunden sind beziehungsweise partner und das gibt ja immer wieder umkehrende also wiederkehrende umsätze und das ist einerseits von der firma finde ich absolut generös und zweitens für uns alle ein riesen geschenk also wenn du partner bist gratulation gas geben bis in den monat richtig gas geben wenn du noch nicht partner bist dann melde dich bei der person die dir dieses video weitergegeben hat oder hier unten hat es einen link kannst du dich dort eintragen und ich helfe dir auch dieses geschäft aufzubauen viel erfolg es kommt gerade eine reiterin war